Als sie in ihrer Pflicht nachlässig wurde, traten Probleme auf. Doch als man sie zurechtstutzte und sich mit ihr befasste, protestierte sie und brachte Ausreden vor. Dann bekam sie ein schlechtes Gewissen und dachte über sich selbst nach. Welche Selbsterkenntnis hat sie daraus gewonnen? Was hat sie in die Praxis umgesetzt, als sie das nächste Mal zurechtgewiesen wurde? Im Herbst 2018 übernahm ich die Betreuung der Videoproduktion. Ich hatte so viel Arbeit, dass ich jeden Tag ein Nervenbündel war. Ich bemühte mich, alle möglichen Probleme zu lösen und die Arbeit aller zu kontrollieren. Ich durfte nicht nachlassen. Nachdem einige Zeit vergangen war, gab uns Jennifer oft Feedback zu unseren Videos und sagte, all die Probleme hätten ihre Ursache darin, dass wir uns nicht genug Mühe gaben. Mir widerstrebte es sehr, ihre Nachrichten zu lesen. Wir gaben unser Bestes, um Fehler zu vermeiden. Und das, was wir bei unserer Arbeit erreichten, war durchaus ein Erfolg. Zog sie nicht einfach nur den Arbeitsprozess in die Länge? Mit ihrer kleinlichen Kritik? Jennifers Vorschläge habe ich mir nie zu Herzen genommen. Ich dachte, sie würde sich grundlos aufregen und unsere Arbeit verzögern. Eines Tages vereinbarte ich mit ihr einen Termin. Ich führte einige Grundsätze an, als ich ihr sagte, wie ihre Art unserer Arbeit schadete. Ja, zu meiner Überraschung sagte sie, nach unserem gemeinschaftlichen Austausch streng. Das ist ein Aspekt der Grundsätze in dieser Sache. Doch lass mich dir eins sagen. Die Grundsätze sind keine Entschuldigung für schlampiges und unverantwortliches Verhalten bei deiner Pflicht. Das sind zweierlei Dinge, verwechsle sie nicht. Als ich sie das Sagen hörte, habe ich zwar nicht geantwortet, doch innerlich hatte ich genug und dachte, eigentlich willst du sagen, dass ich bei meiner Pflicht schlampig und unverantwortlich bin, stimmt's? Du verzögerst alles mit deiner Pingeligkeit, aber mich kritisierst du. Was machen die paar kleinen Probleme denn aus? Sie verringern nicht die Qualität der Videos. Und das, was wir erreicht haben, ist bereits ziemlich gut. Du hast doch gar keine Ahnung, wie viel wir arbeiten, aber nörgelst wegen Kleinigkeiten und kommst mir dann so. Du bist arrogant. Danach weigerte ich mich, mit Jennifer etwas zu tun zu haben. Immer wenn sie auf ein Problem hinwies, widersprach ich ihr. Und ich ging Probleme nicht mit kühlem Kopf an. Ja. Sie gab dir Ratschläge, weil sie gute Resultate sehen wollte. Das muss man annehmen für gute Zusammenarbeit. Ja. Damals habe ich das nicht verstanden. Ich dachte, Jennifer würde nur herummäkeln. Danach erstellte sie fast alle zwei Wochen für uns eine Zusammenfassung ihres Feedbacks zu Arbeitsproblemen. Einmal teilte sie dieses Feedback sogar der Leiterin mit. Als ich das erfuhr, war ich ganz außer mir. Es stimmte, wir machten einige Fehler. Aber war es bei dieser Arbeitsbelastung nicht normal, dass ein paar Kleinigkeiten nicht richtig gemacht wurden? Musste man das der Leiterin erzählen? Du verbeißt dich in Kleinigkeiten, hast zu hohe Ansprüche. Sind deine Brüder und Schwestern denn Maschinen für dich, die nie einen Fehler machen? Mit jedem Gedanken wurde ich wütender. Als die Leiterin zu mir kam, um mit mir zu reden, zeigte ich direkt auf Jennifer und sagte, sie sei so arrogant. Sie kenne sich selbst nicht und weise nur auf die Probleme anderer hin. Die Leiterin sah, dass ich keine Selbsterkenntnis besaß, und sie erklärte mir, ich müsse Jennifer richtig behandeln. Ich solle über mich nachdenken und daraus lernen. Doch die Worte der Leiterin stießen auf taube Ohren. Ich schob die Lösung der Probleme auf, die Jennifer in ihrem Feedback erwähnte, und dachte überhaupt nicht darüber nach, wie ich in Zukunft solche Fehler vermeiden könnte. Wenn man auf andere nicht hört, macht man bei der Pflicht leicht Fehler. Ja. Wusstest du damals, dass du in keinem guten Zustand warst? Ich war mir dessen Waage bewusst. Ich betete zu Gott und bat ihn, mich darin zu führen, die Lektion zu lernen und mich selbst zu verstehen. Und eines Tages las ich einige Worte Gottes, die mir halfen, mich selbst zu verstehen. Aha. Die ständig über Recht und Unrecht reden, wollen es selbst für Kleinigkeiten wissen und hören nicht auf, bis die Sache geklärt ist und man weiß, wer Recht und wer Unrecht hat. Darauf sind sie fixiert und treiben Haarspalterei. Was bringt es nur, sich derart zu verhalten? Über Recht und Unrecht zu sprechen. Ist das richtig? Nein. Wo liegt der Fehler? Hat es was mit dem Praktizieren der Wahrheit zu tun? Nein, hat es nicht. Warum sagt ihr, es hat nichts damit zu tun? Über Recht und Unrecht sprechen heißt nicht, die Wahrheitsgrundsätze zu wahren oder über sie Gemeinschaft zu halten. Es geht immer nur darum, wer Recht und wer Unrecht hatte, wer richtig lag und wer sich irrte, wer vernünftig war und wer nicht vernünftig war, wer bessere Gründe hatte und sinnvoller argumentierte. Das untersuchen sie. Wenn Gott die Menschen prüft, versuchen sie, mit Gott zu debattieren. Sie kommen immer mit dem einen oder anderen Grund daher. Diskutiert Gott solche Dinge mit dir? Fragt Gott dich vielleicht nach den Zusammenhängen? Nach den Gründen und Ursachen, auf die du hingewiesen hast? Nein, das tut er nicht. Gott fragt nur, ob deine Haltung gehorsam oder ob sie widerspenstig war, als er dich prüfte. Ob du die Wahrheit verstanden hast oder nicht, ob du gehorsam warst oder nicht. Nur das fragt Gott. Nichts weiter. Gott fragt nicht, was der Grund für deinen mangelnden Gehorsam war. Er schaut nicht darauf, ob du einen guten Grund hattest. Er zieht es nicht mal in Betracht. Gott schaut nur darauf, ob du gehorsam warst. In welchem Umfeld du lebst und wie der Zusammenhang war, ist ganz egal. Gott prüft nur, ob du in deinem Herzen gehorsam, eine gehorsame Haltung hattest. Gott debattiert nicht mit dir über Recht und Unrecht. Deine Gründe sind ihm egal. Gott interessiert nur, ob du wirklich gehorsam warst. Das ist alles, was Gott verlangt. Jene, die über Recht und Unrecht reden, die Wortgefechte lieben, haben sie die Wahrheitsgrundsätze in ihren Herzen? Nein. Warum haben sie sie nicht in ihren Herzen? Haben sie die Wahrheitsgrundsätze jemals beachtet, nach ihnen gestrebt, sie gesucht? Das haben sie nicht. Und so sind denn die Wahrheitsgrundsätze völlig abwesend in ihrem Herzen. Sie können nur inmitten menschlicher Vorstellungen leben. Für sie gibt es nur Recht und Unrecht, richtig und falsch, Vorwände, Gründe, Rechtfertigungen, Argumente. Sie greifen sich gegenseitig an, beschuldigen und verurteilen einander. Solche Leute debattieren gern über Recht und Unrecht, beschuldigen und verdammen andere. Sie besitzen keine Liebe oder Akzeptanz für die Wahrheit und neigen dazu, mit Gott diskutieren zu wollen, Behauptungen über Gott aufzustellen und sich ihm zu widersetzen. Letztendlich werden diese Menschen alle bestraft werden. Amen. Amen. Gottes Offenbarung Sie fügen sich nicht den von Gott geschaffenen Umständen. Ja. Und ich verhielt mich letztendlich ganz genauso. Als Jennifer auf einige Probleme bei unserer Arbeit hinwies, war ich mir der Existenz dieser Probleme bewusst. Doch ich fand Ausreden und rechtfertigte mich, weil ich dachte, unsere Leistung sei angesichts unseres Arbeitspensums ziemlich in Ordnung und kleine Probleme seien unvermeidlich. Ich versuchte sogar, sie anhand der Grundsätze zu widerlegen und zu vermeiden, dass sie weiter Probleme ansprach. Ich fand, sie erwartete zu viel von uns. Die Probleme waren unerheblich, man musste sie nicht unbedingt lösen. Als Jennifer mich dann für mein schlampiges und unverantwortliches Verhalten kritisierte, nahm ich das nicht nur nicht an von Gott, sondern wurde auch voreingenommen und dachte, Jennifer sei pingelig. Als sie streng mit mir sprach und ihre Worte meinen Stolz verletzten, stempelte ich sie als arrogant ab und ging so weit, sie vor der Leiterin zu kritisieren, in der Hoffnung, die Leiterin würde sich auf meine Seite stellen. Als die Leiterin mir helfen wollte, weigerte ich mich zuzuhören. Ich akzeptierte weder die mir von Gott auferlegten Situationen, noch dachte ich über meine Probleme nach. Ich rechtfertigte mich, diskutierte über Recht und Unrecht. Ich war immer hitzköpfig und zeigte keinerlei Bereitschaft zu gehorchen. Wie konnte ich mich als gläubig bezeichnen? So handelt eine Nichtgläubige. Ich verhalte mich genauso. Jetzt erkenne ich, dass wenn ich bloßgestellt oder kritisiert werde, eine suchende, gehorsame Haltung wichtig ist. Ja. Wenn man sich immer dagegen wehrt, wird die Disposition, die man zeigt, egal ob man Recht hat, Gottes Abscheuer erregen. Das stimmt. Wenn jemand auf ein Problem hinweist, sollte man in Betracht ziehen, dass er Recht haben könnte und es daher nicht ignorieren. So ist man in der Pflicht verantwortungsvoll. Ja. Ihr habt beide Recht. Eine weitere Stelle aus Gottes Worten ließ mich Gottes Willen besser verstehen. Zu jeder Tätigkeit gehört es, die Wahrheit zu suchen und sie in die Praxis umzusetzen. Und solange etwas die Wahrheit beinhaltet, beinhaltet es ebenfalls die Menschlichkeit der Menschen und ihre Haltung. Handeln Menschen prinzipienlos liegt es oft an fehlendem Verständnis der Grundsätze. Häufig aber wollen die Menschen die Grundsätze auch gar nicht verstehen. Sie verstehen sie vielleicht ein bisschen. Trotzdem wollen sie ihre Aufgabe nicht gut erledigen. Dieser Maßstab und diese Forderung finden sich nicht in ihren Herzen. Daher fällt es ihnen schwer, Dinge gut zu tun. In Einklang mit der Wahrheit und zur Zufriedenheit Gottes. Ob Menschen fähig sind, ihre Pflicht annehmbar zu erfüllen, hängt davon ab, was sie suchen und ob sie positive Dinge lieben. Lieben sie keine positiven Dinge, können sie die Wahrheit nicht leicht annehmen. Das ist sehr ärgerlich. Obwohl sie eine Pflicht tun, ist es nur ein Dienst. Ob du die Wahrheit verstehst oder nicht, ob du die Grundsätze begreifst. Wenn du deine Pflicht gewissenhaft ausführst, wirst du zumindest durchschnittliche Ergebnisse erzielen. Nur das wird genügen. Wenn du dann nach der Wahrheit suchst und nach den Wahrheitsgrundsätzen handelst, wirst du in der Lage sein, das zu tun, was Gott verlangt und Gottes Willen zufriedenzustellen. Was verlangt Gott? Unser ganzes Herz, all unsere Kraft zu geben. Wie aber ist das zu interpretieren? Wer seinen ganzen Geist der Erfüllung der Pflicht widmet, gibt sein ganzes Herz. Wer jedes Gramm seiner Kraft seiner Pflicht widmet, gibt all seine Kraft. Ist es leicht, das alles zu geben? Ohne Gewissen und Verstand ist das nicht leicht zu erreichen. Wer kein Herz hat, keinen Verstand und nicht über sich nachdenkt, wer die Wahrheit nicht sucht und keine Mittel hat, mit einem Problem umzugehen, kann der sein ganzes Herz geben? Das kann er ganz sicher nicht. Amen. Amen. Diese Worte Gottes ließen mich seinen Willen verstehen. Gott verlangt von den Menschen nicht, dass sie ihre Pflichten perfekt ausführen. Er achtet vielmehr darauf, ob sie dabei ihr Bestes geben und ob sie Willen zeigen, sich bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu verbessern. Gott betrachtet das Herz der Menschen. Ja. Ja. Ich verglich meine Einstellung zu meiner Pflicht mit Gottes Worten. Ich dachte immer, ich hätte so viel zu tun, musste so viel beachten und erledigen. Da war es normal, dass manchmal kleine Probleme auftauchten. Auch wenn ich wusste, dass diese Probleme vermeidbar gewesen wären, gab ich mir keine Mühe, etwas zu verbessern, wodurch sich Probleme hinzogen, statt gelöst zu werden. Aber eigentlich verlangt Gott gar nicht, dass ich bei der Pflicht nie einen Fehler mache. Was er verachtet, ist nur meine schlampige und unverantwortliche Einstellung. Jennifer lenkte meine Aufmerksamkeit auf ein Problem, um mir zu helfen, meine Pflicht gut zu tun. Genau. Als ich das verstand, hat sich mein Zustand etwas gebessert. Danach hielt ich mit anderen Gemeinschaft und überlegte mir, wie ich mich ändern kann. Als man mich das nächste Mal hinwies auf ein Problem, war ich nicht mehr so widerständig und nachlässig, sondern löste es mit allen gemeinsam. Dank sei Gott! Wenn wir die Wahrheit akzeptieren können, sind wir fähig zu lernen. Ja. Und das macht uns bei der Pflicht effektiv. Ja. Ich dachte über mich nach. Warum war ich immer so ablehnend gegenüber Jennifers Vorschlägen? Ich las einen Abschnitt aus Gottes Wort, durch den ich mich selbst besser verstand. Ah. Typisch für Antichristen, die Umgang und Zurechtstutzen erfahren, ist die Weigerung, es zu akzeptieren. Egal wie viel Böses sie tun oder wie sehr sie der Arbeit von Gottes Haus und dem Lebenseintritt von Gottes auserwähltem Volk schaden, sie bereuen nichts und denken nicht, dass sie etwas schuldig sind. Wenn man es so betrachtet, besitzen die Antichristen Menschlichkeit? Nein, ganz und gar nicht. Die Antichristen fügen Gottes auserwähltem Volk, der Arbeit der Kirche, so viel Schaden zu. Gottes auserwähltes Volk kann das deutlich sehen, wie auch die Serie böser Taten der Antichristen. Und doch wollen die Antichristen diese Tatsache nicht akzeptieren oder anerkennen. Sie weigern sich hartnäckig zuzugeben, dass sie im Irrtum sind oder dass sie verantwortlich sind. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass sie die Wahrheit satt haben? Antichristen haben die Wahrheit so satt, so viel Böses sie auch tun, sie geben es nicht zu und bleiben unnachgiebig. Das ist der Beweis, dass Antichristen die Arbeit des Hauses Gottes niemals ernst nehmen oder die Wahrheit akzeptieren. Denn sie glauben nicht an Gott. Sie sind Lakaien Satans gekommen, die Arbeit des Hauses Gottes zu stören. In ihren Herzen gibt es nur Ruf und Status. Sie glauben, wenn sie ihren Irrtum zugeben, müssten sie Verantwortung übernehmen. Und dann würden ihr Status und ihr Ruf ernstlich beeinträchtigt werden. Und daher widersetzen sie sich mit der Einstellung Leugnen bis zum Tod. Jegliche Analysen oder Enthüllungen versuchen sie zu leugnen. Ob das Leugnen der Antichristen nun vorsätzlich erfolgt oder nicht, kurz gesagt entlarvt es einerseits ihre Wesensnatur, die Wahrheit satt zu haben und sie zu hassen. Andererseits zeigt es, wie sehr die Antichristen ihren Status, ihr Ansehen und ihre Interessen schätzen. Und was für eine Haltung haben sie gegenüber der Arbeit und den Interessen der Kirche? Eine Haltung der Verachtung und der Leugnung von Verantwortung. Sie haben weder Gewissen noch Vernunft. Zeigt sich das nicht darin, dass sich die Antichristen vor der Verantwortung drücken? Das Vermeiden von Verantwortung entlarvt ihre Wesensnatur, die Wahrheit satt zu haben und zu hassen und zeigt andererseits ihren Mangel an Gewissen, Vernunft und Menschlichkeit. Wie sehr sie auch den Lebenseintritt der Brüder und Schwestern durch ihre Einmischung und ihr böses Tun schädigen, sie fühlen keinerlei Schuld und es lässt sie kalt. Was sind das für Geschöpfe? Schon einen Teil ihres Fehlers zuzugeben, zeugte von ein wenig Gewissen. Aber sie haben nicht einmal das bisschen Menschlichkeit. Wofür würdet ihr sie demnach halten? Das Wesen der Antichristen ist der Teufel. Amen. Amen. Die Worte zeigen, Antichristen akzeptieren die Wahrheit nicht. Sie sind der Wahrheit überdrüssig, hassen sie von Natur aus. Sie reden sich nur heraus, wenn sie bloßgestellt werden und kennen keine Reue, auch wenn sie der Arbeit schwer schaden. Sie können ihre Fehler nicht zugeben und sind starrsinnig. Ja. Ich verhalte mich auch so. Mhm. Die Worte Gottes ließen mich über mich nachdenken. Ich war eindeutig nachlässig bei der Pflicht und es gab viele Versäumnisse und Probleme. Und doch empfand ich weder Reue noch Schuld. Wenn man mit mir umging, mich ermahnte und zurechtstutzte, nahm ich's nicht an. Immer fand ich etwas, um mich zu rechtfertigen und die Sache abzutun. Ich weigerte mich, meine Fehler zuzugeben. Ich dachte, meine Fehler zuzugeben würde meinem Ruf schaden, meinem Status und Ansehen und andere würden auf mich herabschauen. Ich verhielt mich so unvernünftig. Ich zeigte die Disposition, die Wahrheit satt zu haben. Ja. Die Leute gaben mir Ratschläge, um mir dabei zu helfen, die Mängel bei meiner Pflicht zu sehen, damit ich die Probleme beseitigen konnte und die Pflicht besser erfüllte. Weder habe ich das von Gott angenommen noch über mich nachgedacht. Und so wurde das Problem meiner Schlamperei bei der Pflicht nie behoben und ich meiner Rolle als Aufseherin nie gerecht, weswegen auch die anderen bei der Pflicht schlampen und ebenfalls Fehler machten. Das stimmt. An dem Punkt sah ich endlich ein, dass es mir schwer fiel, die Wahrheit zu akzeptieren, weil ich meine Gesinnung, die Wahrheit satt zu haben, nie änderte. Ja. Sollte ich weiterhin weder Buße tun noch diese Verderbtheit beseitigen, würden die Probleme und Mängel bei meiner Pflicht zunehmen. Ich würde vielleicht Böses tun, mich Gott widersetzen und von ihm verstoßen werden. Ja. Diese Erkenntnis hat mich wirklich beunruhigt und ich betete reuig zu Gott, bereit von nun an bei meiner Pflicht, die Wahrheit zu praktizieren, statt in Verderbtheit zu leben. Amen. Amen. Ich las dann eine Stelle aus Gottes Wort, die mir einen Weg zeigte, meine verderbte Disposition zu beseitigen. Oh. Wenn du die Wahrheit nicht verstehst und jemand macht dir einen Vorschlag und sagt dir, wie du im Einklang mit der Wahrheit handeln kannst, solltest du den Vorschlag annehmen und mit allen darüber Gemeinschaft halten, ob dieser Weg der richtige ist und den Wahrheitsgrundsätzen entspricht. Zeigt sich, dass sie der Wahrheit entspricht, musst du so praktizieren. Stimmt sie mit der Wahrheit nicht überein, darfst du so nicht praktizieren. So einfach verhält sich das. Beim Suchen nach der Wahrheit solltest du viele Menschen fragen. Hat jemand etwas zu sagen, solltest du ihm zuhören und ihn ernst nehmen. Ignoriere oder brüskiere die Leute nicht. Es geht um Dinge, die mit deiner Pflicht zu tun haben, und das musst du ernst nehmen. Das ist die richtige Einstellung und der richtige Zustand. Bist du im richtigen Zustand und zeigst keine Disposition, die die Wahrheit satt hat und hasst, wird dein Praktizieren auf diese Weise deine Verderbtheit verdrängen. So praktizierst du die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit so praktizierst, welche Früchte wird das tragen? Wir werden vom Heiligen Geist geführt werden. Die Führung durch den Heiligen Geist ist ein Aspekt. Manchmal ist die Angelegenheit einfach und lässt sich mit dem eigenen Verstand ausführen. Hast du die Vorschläge anderer verstanden, wirst du fähig sein, die Dinge zu korrigieren und im Einklang mit den Grundsätzen zu handeln. Für Menschen mag das trivial sein. Für Gott dagegen ist es eine große Sache. Warum sage ich das? Weil du, wenn du so praktizierst, für Gott ein Mensch bist, der die Wahrheit praktizieren kann, der die Wahrheit liebt und ein Mensch, der die Wahrheit nicht satt hat. Wenn Gott in dein Herz hineinsieht, sieht er auch deine Disposition. Das ist eine große Sache. Wenn du also in der Gegenwart Gottes deine Pflicht erfüllst, dann lebst du alle Wahrheitsrealitäten aus, über die Menschen verfügen sollten. Haltungen, Gedanken und Zustände, die du bei allem Tun offenbarst, sind das Wichtigste für Gott und sie sind dann auch das, was Gott genauestens prüft. Amen. Amen. Gottes Worte eröffneten mir einen Weg der Praxis. Wenn Brüder und Schwestern Vorschläge machen und Feedback geben, sollte meine Haltung die der Akzeptanz und des Gehorsams sein. Wenn ich nicht weiß, wie ich es umsetzen kann, sollte ich es nicht ablehnen. Ich sollte es annehmen, mit jemand Gemeinschaft halten, der die Wahrheit versteht und es umsetzen, wenn ich die Grundsätze verstanden habe. So handle ich im Einklang mit Gottes Willen. Ja. Mir wurde klar, dass wenn die anderen mich auf Probleme bei der Arbeit aufmerksam machen, wenn sie mir Ratschläge geben und sich mit mir befassen, sie ausschließlich ihrer Verantwortung gerecht werden und mich nicht anprangern oder mir das Leben schwer machen wollen. Ich sollte es von Gott annehmen und gehorsam sein, über meine Probleme nachdenken und sie umgehend beheben. Nur so kann ich in meiner Arbeit besser werden und es vermeiden, dass meine Verderbtheit die Gemeindearbeit behindert. Ja. Die Ratschläge anderer anzunehmen ist so wichtig. Das stimmt. Dank sei Gott. Eines Tages schickte Jennifer eine Nachricht, in der sie auf Probleme in unseren Videos hinwies. Beim Lesen spürte ich, wie sich etwas in mir sträubte. Diese Probleme hatte ich mit den anderen bereits in Angriff genommen. Warum kam sie wieder damit? Erst wollte ich mich verteidigen, dachte dann aber kurz nach. Wenn sie mich darauf hinwies, dann musste es noch immer Probleme bei der Arbeit geben. Also fragte ich Jennifer danach. Nachdem ich alles verstanden hatte, wurde mir klar, dass ich diese Probleme zwar mit den anderen besprochen, ihre Arbeit danach aber nicht überprüft und nicht zeitnah nachverfolgt hatte. Oh. Und mir wurde klar, dass ich meiner Verantwortung nicht gerecht wurde und keine Eigeninitiative zeigte, sondern wartete, dass jemand die Probleme ansprach, bevor ich sie löste. Also ergriff ich die Initiative und fragte die anderen, welche Probleme es bei den Videos noch gab und hielt darüber Gemeinschaft, um sie zu lösen. Mit der Zeit zeigte sich, dass immer weniger Probleme auftraten und ich empfand bei der Pflicht Erleichterung und Frieden. Dank sei Gott. Ich spürte im Herzen, dass ich fähig sein musste, Rat anzunehmen, die Wahrheit zu suchen und meine Probleme zu lösen, um meine Pflicht gut zu tun. Ja. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Dank sei Gott.